Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 2 und ja, heute sind wir nicht alleine, heute haben wir dabei den Lucas in Let's Play Noob 05. Hallöchen! Und den Tom Thompson. Habe die Ehre. Ja, und dann haben wir noch den Core X FTW. Der kann aber nicht reden. Ne, wir haben, wer bei Tom und bei mir das letzte Mal dabei gewesen ist, wir haben die Lobby wieder öffentlich gestellt. Das heißt, wir haben vielleicht ruckzuck hier voll das Haus haben. Aber ist man nicht. Der Lucas hat gesagt, ruckzuck kann man das voll. Ja, funktioniert bisher. Ruckzuck, super. Ja, was ist da los? Mit deinen Leutchen alle schon schlafen gegangen oder wie? Ja, ist morgens Schule, hallo. Verantwortungsbewusst. Ah, Lucas hat ordentlich Leute. Gute erzogen, so soll das Ganze sein. Eben, so muss das. Ja, heute geht's auch um die Bildung natürlich. Wir machen heute Bildungsannehmen, haben wir nicht gesagt. Ne, heute geht's um die E3, wo wir ein bisschen so vorab schon mal auscheckt. Also auch Bildung. Ja, natürlich. Spielebildung. So. Warte mal ganz kurz, bleib mal ganz kurz stehen. Ich würde mal ganz kurz was kicken. Wo ist denn das? Du kannst ruhig mal mit dem Thema anfangen, weil du hast außer Bildung aktuell noch nichts gesagt. Mein Gott, wo ist das drin? Wo ist das drin? Leute, wo ist das drin? Helft mir. Was suchst du denn? Ich suche die Einstellung. Vom Hut. Nicht Einstellung? Vom Hut. Vom Hut? Ja, ich will's abschalten, alles. Warum? Weil das geil aussieht. Warum? Weil er ohne besser kann. Ah, jetzt. Genau, ich kann ohne besser. Richtig, danke. Der Reihe kennt sich einfach aus. Was ist das Thema für heute hier? Ohne Verhütung ist einfach besser. Da ist sich auch der Tom einig. Das ist gut. Bitte? Hört nicht auf den Lucas, da kommt der Blödsinn. So. Ich bin ja Lida. Ich will schon mal eine Strecke aus und ihr dürft anfangen. Das ist doch Arbeitsteilung. So. Warte, 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 warte. Warte. Was denn? Shane sieht's aus. Okay, gut. Was ist das Thema für heute? Achso, ich habe jetzt keine Wut. Ich muss den ganzen Scheiß wieder einstellen. Ja, du fahrst uns einfach hinterher. Richtig geil. Dann musst du halt dem Fragen dem Namogini folgen. Ja, ja, das ist passiert. Ein, unsere Position, ein. Ich frage zum zwölften Mal. Was ist das Thema jetzt heute hier? E3. Du hast immer noch nicht aufgepasst. E3, ich habe sie schon angesch... Mein Gott, Tom. Ist die schon gewesen, oder wie? Ja, die ist schon vorbei. Okay. Und was gab's da so Neues? Habt ihr irgendwas Schönes gesehen auf der E3? Nee, klar. Ich weiß ja auch, dass der E3 erst noch kommt. Außer der Reihe, der schaltet das Video so spät frei, dass es vielleicht schon vorbei ist. Genau, das ist der Trick an der Sache. Und da denkt jeder, oh Mann, ey, der weiß ja gar nichts. Der hat ja gar keine Ahnung. Ja. Ne, E3 steht noch aus. Man weiß eigentlich so wie gar nichts. Außer, dass Forza 6 da ist. Ja. Und Halo. Na gut, das war's schon. Ein bisschen von dem, was ich weiß. Zumindest, ja, was auf der Xbox. Ja. Dann werden noch irgendwelche Spiele neu aufgelegt werden wahrscheinlich. Neue mit HD-Version und so weiter. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und vor allem muss man auch immer dazu erwähnen, irgendwelche Spiele von irgendwelchen großen Publisher werden immer als das noch angepriesen. Von wegen, sie seien das Null plus Ultra. Das hat man noch nie gesehen. Und weißt du, was ich weiß. Das ist ja immer so. Gott, Entschuldigung. Damit hat sich Lukas richtig viele Freunde in dem Moment gemacht. Mal wieder. Ja, ich meine, ich sag... Du musst vielleicht verblindet sein, wenn man das nicht einsieht, oder? Komm schon. Also, ich glaube, das ist dasselbe wie bei FIFA. FIFA holst du auch jedes Jahr ein neues. Ja. Nur, um den aktuellen Kader zu haben. Und die kleinen Mini-Updates. Du, wir können ja einfach mal die Community ein bisschen mit reinnehmen, weil da weiß ich auf jeden Fall, da hat der Lukas richtig viel Spaß, wenn wir... Also, wir brauchen irgendeine Aufgabe. Also, wenn wir eine gewisse irgendwas haben, keine Ahnung, spielt der Lukas mit mir gemeinsam Cod. Das wäre dann mal was, oder? Und eine Reihe nehmen wir auch noch mit dazu. So eine Road-to-Commander. Ich glaube, da kotzt jeder von uns ab. Ich weiß es auch nicht. Also, erst recht mit dem Controller. Du hast ja komplett vergessen. Ja, da haben wir auf jeden Fall jede Menge Spaß. Shooter mit Controller ist schon scheißegal, was für ein Spiel, außer Halo. Krieg ich schon kurz. Nö, bei Halo geht's. Bei Halo geht's, aber bei... Ja, Halo ist super, aber... Ja. Halo kann ich mir mit einem Monsters Duo nicht vorstellen, muss ich sagen. Halo ist das Beste. Halo ist echt gut. Halo ist für mich echt der beste Shooter, muss ich persönlich echt sagen. Mach auf jeden Fall Fun. Ja. Definitiv. Aber wie er nicht drauf eingeht, ne? Merkt ihr das ein bisschen? Wie er nicht drauf eingeht, der Lukas, wie er sich drücken will. Auf die Challenge? Ja, einfach nur... Was weiß ich, der Lukas kann auch mal was... Wenn du die Runde Call of Duty an alle verteilst, dann gerne. Ja, ich wollte auch was sagen, ne? Das kostet auch Vollpreis jedes Mal, das ist ja nicht so... Immer noch. Hallo, Black Ops Stars... Ne, warte, jetzt haben sie doch grad Black Ops 1 oder 2, haben sie doch gerade bei Xbox im Gold-Angebot, in der... äh... Card Edition irgendwie das Ding heißt, für 80 Euro. Ich frage mich nur, wie kriegst du die ganzen Boni? Weil die... weil die Hard-Ed Edition, die... die hat ja glaube ich auch so richtig krasses Zeug mit dabei gehabt. Schicken die mir die dann zu? Oder? Oder? Oder die Digital-Version, da kriegst du das nicht, das zahlst du trotzdem selben Preis für. Okay. Ich will auch die Drohne haben, oder was ist da, oder dieses Nachtsicht-Gelät? Das war noch teurer. Das war... Ich glaube, 52 Euro für bezahlt. Das war die Prestige-Edition, oder? Das wäre... Da sind wir bei Ride, ist mir das aufgefallen, weil wir... wir hockten, Mattes und ich, wir hockten da vor... vor der Xbox, und es war drin. Du konntest es aber nicht kaufen, aber ich wusste, dass es als Vorbestellerboni, äh... so... so ein Moped-Paket gratis dazu gab. Ja. Konnte ich nicht nehmen, und ich zahl aber genau denselben Kram, wie auch bei... den Online-Dealer deiner... deines Vertrauens. Warum fährst du nicht weiter? Ja, ich hab grad irgendwie gedacht, das wäre das Ziel, ich hab grad ein gewissen... Ich hab's aber auch krass gedacht. Ja. Ja. Ich dachte, hä? Wir haben nur drei Kilometer, und da ist der Tank schon leer von deiner roten Büchse, da. Ja, so viel Tank hat der nicht. Boah, ja gut, ein bisschen schon, aber nicht so viel. Ja, bei E3 noch mal bitte zurückzukommen, ich mein, äh, es gibt viele... ne, es gibt eigentlich gar keine Ankündigung, es gibt ein paar... Gerüchte, ein paar Sachen schon, was kommt... Ja, die Meister zu dem kommen, halt das E3 oder kurz vorher. Ja, genau. Ganz kurz ein Trailer kommt, dann auf E3 die große Show dazu. Ja, okay, Black Ops wird auf jeden Fall dabei sein, das... ich wünsche dir das... Ja, aber das ist beim Xbox auch wieder auf dem Stand grad sicher, davon kannst du ausgehen, Microsoft hat ja Partnerschaft mit denen. Ja. Was ich jetzt noch gelesen hab, war, dass auf der Gamescom, das ist zwar, kommt erst nach der E3, aber das ist ja auch immer, das sind dann die Stände, wo's dann die Leute spielen können, auf der E3 wird's vorgestellt. Äh, was ich jetzt gehört hab, dass zum Beispiel Blizzard den größten Stand seit jeher auf der Gamescom haben will. Guck mal, da steht da... Ja, der größten Stand muss man wirklich sagen... Ja, die haben immer einen riesen Stand, und diesmal wollen sie noch mal einen oben drauflegen, und da, ich denke ich mal, dass die auch noch mal was... ankündigen werden. Ja, die haben auch einen Shooter in der Mache, oder nicht? Blizzard macht doch diesen Shooter, so Team Fortress mäßig. Ah, okay. Die haben doch grad einen Shooter in der Mache. Ja, auf jeden Fall haben sie ja auch dieses, äh, dieser Dota-Lol-Klon, keine Ahnung, Heroes of the Storm, oder so heißt der doch, glaub ich? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin in dem Thema nicht so bewandert, aber, ja, also ich denke mal, Blizzard wird da auf jeden Fall auch irgendwie was noch mal zeigen. Wundert mich eigentlich, dass Blizzard da auf der Gamescom ganz groß auftischt, weil sonst machen sie ja immer so diese Blizzcon, die ist ja ganz, ganz groß, die machen ja immer ihre eigene Messe. Ja, richtig. Wundert mich, also ist jetzt für mich komplett neu, das ist auch gut zu wissen. So. Ne, doch, bei Gamescom hast du da auch immer noch relativ große Stände. Letztes Jahr war Call of Duty relativ klein, stets man dieses Jahr, werden die auch ja ein bisschen größer fahren. Ich denke auch. Was waren wir für eine Klasse? Ist mir Wumpe. X, X ist in Ordnung. Ja, genau, also nehmen wir bitte B oder sowas. B. Der Lukas kann nämlich mit langsam Autos nicht umgehen. Okay, okay, also halt Tom, Tom sagt B-Klasse, ich erinnere mich, die letzten Male hat er nie ein Auto auf B gehabt. Nein, ich kann sagen, das ist ein B-Auto. Äh, A bitte, A. Ja, ist schon spät. Ey. Danke. Du hast B gesagt. Tja, jetzt muss ich halt mein neu aufgebautes Auto auspacken. Ja. Extra für B, ich muss erst mal gucken, wo ich wieder meins habe. Da haben wir eins. Ich habe für jede Klasse sogar mal ein Auto aufgebaut gehabt. Oh, das ist schön für dich. Schön, dass du Lukas dich mal vorbereitet hast. Ja, danke dafür. Ja, das war's. Das, was ich auf jeden Fall hoffe bei der E3, äh, Tom Glancy's Dead Division. Warum sitze ich nicht in meinem Auto drin, frage ich mich grad. Mein Auto steht leer einfach rum. Der ist jetzt aber auch nicht drin. Wir laufen heute nicht mehr. Das ist schon die neue Technologie, ne? Die Autos fahren ja in Zukunft ohne Fahrer, ne? Ach stimmt, da gibt's ja zuvor zu decken, da gibt's ja auch Infos geben. Noch hoffentlich. Weniges sitze ich jetzt im Auto drin. Ja, aber hast recht zu Division, da bin ich jetzt langsam mal auf Gameplay rausgespannter. So viel hat man ja in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Das ist sehr, sehr ruhig geworden, das Spiel. Vor allem das, was wie Gameplay aussah, das war auch mehr einfach nur gerendert und hat drüber geworfen. Ja, ja. Das interessiert auf jeden Fall Division und, äh, Rainbow Six. Das fand ich auch super bislang. Was die ersten Alpha-Gameplays gesehen hat, fand ich ganz geil. Da hab ich bei MaxFPS was gesehen, da hat er die Beta-Mobile gespielt. Das ist ne Alpha sogar noch. Oh, das war ne Alpha-Version sogar noch. Ich find das von der Grundidee gar nicht mal so schlecht, das Spiel. Ich mag das. Find ich ganz geil. Das ist ein Taktischer. Ja, ich bin gespannt, was die Community draus macht. Ja, klar. Weil, wenn du da zwei, drei Rambos drin hast, die sich einfach sagen, hm, Taktik, du kannst mich mal. Ja, das musst du halt wirklich mit Freunden spielen, sonst ist, glaub ich, relativ lame. Das schätz ich einfach mal. Ja, aber mit und gegen Freunde. Ja, klar. Dann, wenn du mit und gegen Freunde spielst, die wirklich hier alle absprechen, hier insgesamt acht Leute, dann ist das wirklich, denk ich mal, ein richtig taktisch geiler Shooter. Da kannst du nichts gegen sagen. Ja. Das ganze halt ernst. Aber ich mein, das ist ein Shooter und die sollte man vielleicht nicht zu ernst nehmen. Obwohl es halt sehr oft taktisch angeht, also da kannst du hier nicht... Wow! Der Spawner. Der Spawner. Wer spawnt? Ja, so ein Auto. Aber... Der bin nicht von reingerast, der ist nicht irgendwie gespawnt, der war schon direkt dann da. Echt? Ich hab mir erst da gewesen, wo du reingerast bist. Du hast ihn quasi kreiert. Ich hab ihn sichtbar gemacht, das ist schön. Hast du in der Lobby aus? Wie musst du die noch als erstes sehen? Mein Gott. Ja, frag mich nicht, das stieg laut. Die berechnet alles. Die Wolke, die berühmte Westen. Ja, es regnet gerade. Es ist so gutes Wetter. Ja, ne, Division muss ich sagen. Ich weiß nicht, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Also, so... Weißt du wenig, find ich. Ja, man weiß halt echt nicht. Vor allem... Das sind so die Gedanken, den sie als erstes Mal auf E3, hatten sie ja so ein erstes Gameplay... Nennen wir's mal Gameplay, was auch immer das war. Gezeigt, da fand ich das sehr geil. Aber ich bin halt sehr skeptisch, kurz nachdem Watch Dogs rauskamen, das hier schon so, sagen wir mal, mehr Schein als sein war. Ja, ja. Und deswegen bin ich bei The Division sehr, sehr vorsichtig. Ja, die fand ich zum Beispiel auch wiederum ne Enttäuschung, ähm... Ja, der Name sollte mir halt noch einfallen, aber es war ne Enttäuschung. Okay. Ja, fand ich auch richtig scheiße, das Spiel. Nein, du hast sogar richtig gespielt. Du hast sogar gesuchtet, aber ich weiß gar nicht mehr. Ah! Dieses Spiel da für... Ah, da, 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 äh, Destiny? Ah, genau Destiny. Stimmt, das war auch voll Enttäuschung für mich. Und war das Defiance? Ich fand es so geil. Das war auch nicht so das, wo ich mich jetzt irgendwie dafür begeistern konnte. Ich glaub, Destiny hatte einfach das große Problem, es hatte so einen extremen Hype bekommen. Hättest den nicht gehabt, wär's glaube ich ein bisschen anders angekommen. Es hat halt so einen extremen Hype gehabt. Meiner Wegen zu Unrecht, muss ich echt sagen. Ich fand den nicht gerechtfertigt, letztendlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist recht, weil ich von dem Spiel so viel erwartet hatte, weil das die Halo-Macher waren. Und da hatte ich halt schon, ne? Ja, das war von Bungie, ja. Ja, da hat man halt schon irgendwie große Worte drauf gehofft, weil die Halo-Spieler waren ja alle nicht schlecht. Aber irgendwie, ja, Story-Technik hat er viel zu viel gefehlt dank Activision. Ja. Komm, wir streichen jetzt raus und machen es einfach auf Online-Karten. Ist ja viel cooler, wenn man den Spieler dazu zwingt, die Story online auf einer Seite mit Karten nachzuvollziehen. Ja. Ich fand die Mission-Type auch so ein bisschen doof gemacht, dass du immer die Maps am Anfang eingelaufen bist, am Anfang hast du den ersten Abschnitt gemacht, dann kommst du nochmal dahin, rennst den ersten Abschnitt nochmal durch und kommst dann erst zum zweiten Abschnitt. Ja, ja. Das hat sich halt alles so wiederholt. Das fand ich irgendwie ein bisschen... Neh. Level-Design war nicht so... Ist einfach Mist. Also das... Ja gut, die Level an sich waren geil, aber wie man es aufgebaut hat war ja kompletter Mist. Das hätte man schneller machen können. Was hast du für ein Auto? Ach, MR2. Ach Gott. Hat den aus Real-Reels? Ja, genau. Ein bisschen eine kleine Hommage, ja. Ja. Wenn ich auch nehmen kann. Läuft richtig gut bei mir. Was hast du gesagt? Ja, du wolltest die B-Klasse, ne? Du hast nur gezeigt... Ja, 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 ja. Hätte ich lieber den komischen Mercedes genommen, ja. Den Leih-Mercedes, oder den Audi S3, ja. Den Audi. Ja. Ne, also es gibt viele Spiele, aber von vielen Spielen weiß man einfach zu wenig. Dafür ist aber auch so eine große Messe da, um da ein bisschen Licht reinzurücken. Aber ich muss ehrlich sagen, also allzu viel. Ich werde natürlich den ganzen Stream-Scheiß wieder reinziehen, logisch. Ja. Aber ich werde dann nicht mehr so Fanboy-mäßig hinterher sein, weil es einfach zu viel... Es wird so viel gezeigt und am Ende kommt dann raus, ja, es lief gar nicht. Nicht auf einer Konsole, sondern auf einem PC. Genau. Die Enttäuschung ist danach einfach immer so riesig, vor allem. Weil in den Trailern wird halt immer viel angedeutet, aber... Ja, es sind halt zum Teil echt nur riesige Andeutungen und mehr ist halt dann da schlussendlich. Ja, genau. Du wirst schön angestachelt. Neue Route, Meisterfahrer hier. Du weißt halt auch nicht, wie viel in diesem Trailer echt ist. Ja, genau. Ja, das sind... Trailer, da gebe ich sowieso nichts drauf. Ich meine... Das war zum Beispiel auch beim neuen Battle von Star Wars. Ja, genau, das wollte ich jetzt auch grad sagen. Vielleicht habt ihr auch diesen Trailer, wo sie da basiert auf Game Engine. Ja, das auf der Game Engine basiert ist ja schön. Ob die Xbox das jemals so darstellen könnte, das ist zu zweifelig aber sehr arg. Ja. Ja, vor allem Game Engine, ne. Das ist ja wie so eine Engine, so eine Tag-Demo. Das kann immer mega aussehen. Eben, da kannst du da einen Gartenrechner draufrechnen lassen und der kann dir da alles darstellen. Das ist dem egal. Ja. Also das fand ich auch. Vor allem, weil sie ja im Vorfeld ja angekündigt haben, ähm, so ja, wir werden auf jeden Fall In-Game zeigen. Ja, und am Schluss endlich war es jetzt einfach nur In-Engine. Nennt sich das ja jetzt. Obwohl ja viele Presseleute von dem Spiel relativ beeindruckt waren, was die Grafik angeht. Die meinen, sie werden ein neues Benutungs-Ultra, was Grafik angeht im Spiel. Ja, scheiß auf Grafik, ich will Gameplay. Ich bin doch schon sehr Grafik-Fisch, das muss ich euch sagen. Ja, aber was nützt dir das beste Spiel, was aussieht wie geleckt und dann hast du ein Gameplay, wo der, was ich, bei dem Shooter nach drei Stunden bist du durch. Dann sagst du auch, du, ich mein, da zahlst du ja keine 60 Euro. Ich will ein Spiel haben. Wegen mir ist das Ding grottig. Ich mein, guck dir Minecraft an. Das beste Beispiel, das sieht scheiße aus. Das sieht seit Jahren scheiße aus. Aber es wird gespielt. Und warum? Weil die, wer die Spielidee geil ist. Bitte nicht B. Danke. Ah. Fuck. Das haut natürlich rein. Nein, ich hab A gemacht. Danke. Ja, vor allem, wenn dann mega Grafik, aber die dann auch nicht rund läuft zum Beispiel. Gibt's ja auch alles so. Und wenn's dann irgendwie mit 20 FPS oder so. Ja, hör mal auf. So was nehm ich denn jetzt. Da gibt's ja auch dann immer die Battles. PS4 1080p, Xbox 0 9P, ihr habt voll die scheiß Konsole. Ey, den Unterschied siehst du nicht mal ansatzweise mit deinem Auge. Das kannst du komplett vergessen. Ja. Das sind halt Zahlen. Pimmelfechten nenn ich das immer. Meine Zahl ist größer, die ist dann also besser. Ja, was, aber da wir grad noch Star Wars erwähnt haben oder Battlefront, da gibt's ja, mein Controller ist nicht verbunden, das find ich scheiße. Viel Spaß beim Fahren. So. Ah, jetzt ist er wieder da. Ähm. Genau, da gibt's ja auch noch, äh, 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 die, wo, ähm, ähm, Dead Space gemacht haben. Äh. Ja, genau. Äh, die, da ist ja auch schon bekannt, dass sie ein Spiel machen. Und ich denk mal auch, dass das vielleicht auf der E3 auch vielleicht angekündigt wird. Ah stimmt. Da gibt's ja auch einen neuen dran. Ja. Also das, da, dass da vielleicht noch was kommt. Guckt dir die Goldene Liga an, ja, oder? Äh, ihr habt doch alle keine Hobbys, vor allem dieser Vogel da ganz oben, dieser Let's Play Noob. Noob. Let's Play Noob. Let's Play Noob. Es ist immer jemand über mir, locker mit 300, 400. Oh, und GTA. Dass man nicht dabei ist. Schönes Allrad, Duell an der Spitze, okay. Machen wir mal. Okay. Allrad ist überhaupt nicht überlegen in dem Spiel, nein. Nee, war's noch nie. War's noch nie. Ja, das weiß sowieso. Wäre die Kategorie super. Wird's auch nie sein. Ja, okay, ich nehm alles zurück. Nee, das Ding, ähm, ich glaub das einzige Forza, wo Allrad nicht das Nonplusultra war, war tatsächlich äh, Forza 4, da war Leichtbau, das Nonplusultra war. Yeah, ja, ich überschlag mich. Ich grinde. Nee, Leichtbau, ja, ich mein, also Forza 4 war der letzte Titel, wo du dich wirklich hinsetzen musstest und wo verschiedene Andruckskonzepte auch irgendwie richtig Sinn gemacht haben. Ja. Hier ist es irgendwie so, deswegen, viele Leute heulen halt so ein bisschen rum, ja, Real Real ist es besser als Ultimate Real ist jetzt bei unseren Konzepten mal ein bisschen hängen zu bleiben. Das ist aber immer so, sobald einer ein Allrad hat und jeder weiß, Allrad ist einfach überlegen, ja, dann ist die ganze Staffel schon für den Arsch. Dann kannst du den Laden zumachen und fertig ist. Und das ist einfach langweilig, finde ich zumindest, wenn du einfach genau weißt, gut, jetzt kaufe ich mein Auto mit Allrad, bam, ab dem Moment bist du überlegen. Und das ist einfach, das ist einfach Mist, das nimmt so viel Spielraum, dass du einfach sagen kannst, gut, ich tune mal Auto wirklich mal bitte sinnvoll oder realistisch, das gibt's einfach nicht. Das stimmt. Dann hoffe ich echt, hoffe ich viel in Forza 6, dass die da mal ein bisschen ausgewogener sind. Ja, hoffen kann man. Wie gesagt, bei Forza 4 haben sie es gut hingekriegt. Wenn ich überlege, bei Forza 3 war es ja auch noch so. Da war auch, wenn du ein Allrad hattest, du warst super unterwegs. Es liegt ja einfach daran, die mussten immer eine Basis schaffen. Die haben sie jetzt mit Forza 5, auf der sie bauen können. Also deswegen habe ich ganz gute Hoffnung in das Spiel, muss ich echt sagen. Ja, Forza 5 tickt mir auch ein bisschen zu strange teilweise. Wobei, wobei sie ja wiederum, oder ist ja wieder bekannt, dass Forza 6 wiederum ja eine eigene Engine oder eine neue Engine wieder bekommen soll. Ich weiß nicht, ob es eine komplett neue Engine ist oder einfach eine Überarbeitung. Ich schätze mal, es wird eher eine Überarbeitung sein. Das weiß man nicht. Ja, und man weiß ja auch nicht, wie viel sie da übernehmen oder so. Vielleicht ist ja Teile der Physik, äh Reifenphysik da einfach komplett übernommen oder man weiß es ja nicht. Die Forza Tech war ja irgendwie Fahrzeugphysik. Was war noch? Irgendwas wollten sie noch überarbeiten. Und äh, grafische Darstellung war glaube ich auch mit einbegriffen. Also das komplette Spiel. Ja. Also auf jeden Fall Fahrphysik. Und bitte den Sound. Und bitte den Sound. Das wäre richtig gut. Also ich will nicht wieder ein Forza haben, so wie es jetzt Forza 5 ist. Forza 5 kannst du Multiplayer-mäßig online mittlerweile fast in die Tonne treten. Das ist nicht mehr spielbar, weil da so viele Soundbugs dann durchkommen. Aber die sind erst nachträglich reingekommen. Das finde ich halt das Lustige. Ja. Das hat Forza 2 aber auch immer mehr bekommen durch die ganzen DLCs. Ja, da sind wir in der Leitung oder halt den Forza 5. Derjenige, der hostet, der hat eine wunderbare Sound-Engine. Alle anderen, die haben ein Gegratsche drin, als hätte der DJ die Schallplatte irgendwie wirklich mit Gewalt ein bisschen auf seinem Plattenteller rotieren lassen. Also das ist nicht ja feierlich. Und das verdirbt einfach die Laune. Das stimmt. Wenn du jetzt wirklich 60, 70 Euro für ein Spiel ausgibst, VIP-Pass, Car-Pass und hast nicht gesehen. Und hier Kaffeepass und was auch noch alles gibt. Und dann hast du am Ende ein Spiel nach einem halben Jahr, nach einem Haufen DLCs, was unspielbar ist, online-mäßig. Und ich glaube nicht, dass der Singleplayer überzeugen wird in dem Spiel. Das wird wieder das sein, was die Leute dann draus machen. Und das ist einfach der Multiplayer-Teil. Richtig. Stimmt. Weil Story, mal zugegeben, das kannst du vergessen. In jedem Vorzeiltitel. Ja gut, vielleicht machen sie ja mal eine gut durchdachte Karriere. Wer weiß es. Ich hoffe es mal. Project Cars hat zum Beispiel eine und ist halt einer der Hauptkonkurrenten. Man muss sich halt irgendwie in der Konkurrentraum missen, letztendlich. Ja, das ist auch die große Hoffnung einfach, denke ich. Bei so vielen, dass sie sagen, dass Project Cars soll jetzt halt einfach richtig gut einschlagen und dann, dass halt wirklich so Leute wie Forza oder Tuantenne halt einfach mal schauen, wie man es macht und dann, dass sie da ein bisschen klauen. Ja. Ausleihen. Sich inspirieren lassen. Letztendlich wird sich trotzdem Forza 6 besser verkaufen als Project Cars. Davon können wir ja mal ausgehen. Das ist einfach leider so. Auf der One halt. Ja, auf der One auf jeden Fall. Das ist mancher, weil das ist halt einfach der Haupttitel und das wird trotzdem verkauft ich geschnitten Brot. Da können die machen, was die wollen. Das ist den Scheiß egal, letztendlich auch wieder. Man muss auch sagen, das Grundkonzept von Forza ist ja eigentlich auch geil. Du hast mega viele Autos, Magenvielfalt, du kannst die Autos tunen, aufbauen. Ja, aber mittlerweile ist da auch, ich meine der Zug ist ja, wir haben im Prinzip seit Forza 4 kriegen wir denselben Scheiß vorgesetzt. Du hast dieselben Autos drin, die werden ja immer wieder refreshed. Mittlerweile sind sie dazu übergegangen, die Autos gar nicht mehr anzukündigen, weil du ja sowieso weißt, was drin ist. Das Tuning, mal zugegeben, Leichtbau in Forza 4 ist wenigstens der Beifahrersitz rausgeflogen. In Forza 5 bleibt einfach alles drin, macht ja Sinn bei Leichtbau. Also das sieht auch alles gleich aus. Spoiler, mein Gott, es gibt so viele Firmen, die wirklich für Marken irgendwie was machen und am Ende haben wir immer nur die Forza-Spoiler. Gut, das kostet ja alles Lizenz. Ey, das ist das beste Beispiel. Die haben alles nur lizenziert. Ja. So muss es sein. Genau. So und nicht anders, gehört sich das. Da lieber nicht allzu viel, aber das was drin ist, wenigstens mit Hand und Fuß. Ist das schon eine neue Route? Man verbindet da einfach viel mehr mit, weil das kennst du aber nicht mehr. Das ist schon eine neue Route. Okay, danke. Ist auch, finde ich, viel zugänglicher für den Spieler, aber der kennt das halt auch und kann das heute aus der echten Welt irgendwie überleiten im Spiel. Macht Spaß mit angezogener Handbremse im Fronttrieb oder zu fahren. Ich wollte was sagen, du bist aber gerade ganz schön lange weit hier gerade ausgefahren, obwohl du eingelenkt hattest. Das war super aus. Das ergibt nicht wirklich Sinn, was ich hier mache, aber es geht nicht. Ups. Ja, also ich erwarte mir vom Forza 6, ehrlich gesagt, aktuell sehr wenig. Also, Forza 5 war man schon so ein bisschen Fanboy drauf, gerade weil es halt auch ein Release-Titel war. Das hat am Forza 5 das Genick gebrochen. Und mit Forza 6, jetzt machen sie wieder einen auf dicker Hose. Zehn Jahre Forza und Zusammenarbeit mit Ford. Und das ist das beste Forza aller Zeiten. Aber ich meine, wie oft wird man das da spielen? Wird es nicht jedes Mal? Ja, genau. Sie haben jetzt das zehnjährige Jubiläum, jetzt dürfen sie wirklich nichts verkaufen, sonst hauen sie sich gerade wirklich so ins Bein. Das kriegen die nie wieder ausgleichen in dem Moment. Ja, wenn sie sich jetzt ins Bein... Dann ist er jetzt sogar abgefahren. Also, ich bin gespannt, was sie rauszaubern, weil das zehnjährige Jubiläum ist schon ordentlich. Und da müssen sie schon eigentlich ordentlich was abfeiern eigentlich. Ja, vielleicht sagen sie auch gut. Wir haben jetzt zehn Jahre ein Spiel rausgeschmissen. Unsere Ankündigung ist, dass Forza 6 der letzte Titel sein wird und danach mit uns was Neuem. Keine Ahnung. Mach nur noch vor zu reisen, weil das ist nicht erfolgreicher. Turn 10 möchte noch ein drittes Studio sein für COD-Ableger. Oh ja. Es gibt zu wenig einfach. Damit sie alle halbe Jahre ein neues Spiel rausbringen können. Genau. Nee, aber so... Ich weiß nicht, also meine Erwartungshaltung Forza 6 gegenüber ist relativ gering. auch immer ab bis zu den ersten Gameplay-Szenen da sind. Bisher haben wir gar nix gesehen. Bis auf ein paar Rente-Modelle von der Forza GT. Das war aber, glaube ich, kein Gameplay, ne? Das war gar nicht. Nö, das war irgendwie, keine Ahnung, abgefilmt von... Ich hab als Skyline geflogen. Und lässt sich nie da auf meinen Fuß. Das sah einfach super aus. Rast vor mir vorbei und springen wir kurz um die Ecke durch die Luft. Ich bin total einsam hier hinten. Total traurig. Aber ich muss auch sagen, allgemein, finde ich einfach so die Erwartungshaltung oder diese Vorfreude auf Spiele, muss ich sagen, mittlerweile bei mir persönlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Also, ich hab mich auch... Ich hab mich halt, muss ich sagen, auch früher von vielen Spielen hypen lassen. Im Vorfeld auch durch irgendwelche Trailer und weiß ich was alles. Und man denkt, boah, Hammer, schau mal. Und stellt sich da noch dies und das vor. Und ja, auf das wollen sie ja auch hinaus. Und im Endeffekt hast du dann das Spiel, wo dann entweder nicht flüssig läuft oder verpackt ist oder halt eben diese Inhalte nicht bietet. Und dann denkt man auch, ja, super. Und ich glaub einfach, mittlerweile hab ich echt so die Einstellung, ja, lass das Spiel halt mal rauskommen und dann gucken wir es uns halt noch mal an. Aber jetzt im Vorfeld schon zu sagen, boah, ja, das wird auf jeden Fall der Hammer, obwohl man eigentlich gar nichts drüber weiß so richtig. Bei mir ist es eher bei so Spielen, die über mehrere Jahre entwickelt werden. Bei Fortnite ist halt so, es kommt jetzt Jahr eins, da ist irgendwie nicht mehr so. Es ist nichts Besonderes. Es ist halt so, da ist jede jährliche Sache, die du darauf wartest. Es ist bei anderen Spielen meist auch so. Bei mir ist es eher knapp noch Hype, wenn Spiele, die eben mal so drei, vier Jahre in Entwicklung sind, wo du auch lange drauf warten musst oder auch weißt, die haben da ein bisschen Zeit für. Das ist bei Forza ist halt wirklich jährlicheren Ableger. Das ist halt irgendwie mittlerweile so, ja, jedes Jahr dasselbe. Du weißt halt, du kriegst das Spiel. Ja, gut, kommt halt. Holst du sowieso. Gut, Ende. Passt. Ja, ich muss da sagen, es ist vielleicht auch. Also am Anfang wurde ProCheck Cars für die Konsole angekündigt, oder? Da kann ich mich erinnern, da waren Mattes und ich, wir haben uns einen Trailer nachher geschickt. Guck dir das mal an. Boah, sieht das geil aus. Aber es kommt dann irgendwann so eine Flut, dass du einfach schon mal, bevor das Spiel draußen ist, hast du dich eigentlich schon mal so wieder satt gesehen. Also du hast so viele Infos, so viele Bilder gesehen, dass du denkst, ja, okay, super. Jetzt wegen mir bringt es raus und fertig ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch was einstellen hier. Also man ist da schon so ein bisschen gesättigt, was das Ganze angeht. Zumindest ist es so bei mir, dass du jetzt alles im Prinzip so gefühlt schon gesehen hast. Ja. Ja, das ist das Problem, wenn du vorher schon viel zu viel vom Spiel siehst. Ich bin ja, gehe da lieber blind rein, so ein bisschen selber entdecken. Das ist bei ProCheck Cars, glaube ich, für viele von euch jetzt nicht mehr so leicht möglich. Man hat so viel vom PC gesehen. Ja. Beim Duki schaue ich halt öfters mal vorbei, wo ich dann sage, gut, jetzt fährt er wieder das Auto und wieder die Strecke. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt schon dieses Kribbeln in der Hände nach dem Motto, ja, jetzt will ich selber mal fahren, weil du hast ja eh schon alles gesehen. Da kommt nicht mehr, aber gut. Ein Überraschungsmoment fehlt, ne? Ja, genau. Dieses Jahr, das erste Mal starten. Das muss ich sagen, bei F2.2 gefiel mir das besser, weil da habe ich mich ja vorher überhaupt nicht informiert und sowas. Da gab es auch nicht viel, muss ich sagen. Eben, es war auch ganz gut. Du kannst hier rein und das ganze Südeuropa und sowas war so erfrischend zu spielen. Fand ich super. So, was für eine Klasse, Lukas? Dann mach jetzt eine Klasse höher. Machen wir jetzt S1, wenn wir gerade A hatten. Okay. Das machen wir jetzt bis X hoch, bis Tom nicht mehr mitkommt. Ich bin gerade eben schon Vorletzer geworden, also, ne? Aber ich feier mit, weil es Spaß macht. Ey, ich habe einen Punto auf S1. Wetten, der geht richtig gut. Ich habe einen Golf auf S1. Würde ich nehmen. Oh, ich habe so eine richtige Kotz. Ja, aber bro, echt im Vorfeld zu gucken. Ich war jetzt, äh, vor ein paar Tagen war ich bei, also im Kino, also im Film. Kam aber irgendwie auf Spiele auch so ein bisschen, äh, zu vergleichen. Und zwar war ich da bei Avengers. Und da wurden so viele Trailer und weiß ich was alles im Vorfeld gezeigt. Die habe ich dann irgendwie angeguckt. Ich war jetzt nicht gehypt vom Film oder sowas. Ich bin da auch so mit einer, ja, überhaupt keine Erwartungshaltung in den Film. Aber ich muss sagen, ich fand den Film nicht so geil. Also, keine Ahnung. Da hat man irgendwie in den Trailern schon alles gesehen. Da konnte ich genau sagen, ja, die Szene vom Trailer fehlt noch. Das muss dann jetzt hier so kommen. Ah ja, kommt. Okay. Schön. Ich glaube, ich habe gerade voll den Bug. Wieso? Ich habe einen, ja, richtig. Ich habe einen Audi Quattro ausgewählt. Sitze aber in einem R35 GTR. Das steht aber bei mir auch. Jetzt im Ernst? Bei mir bist du, hast du denn jetzt ein R35 GTR? Ja, aber ich habe einen Audi ausgewählt. Dann hat er wohl irgendwie beim Auswegen gerade ein bisschen rumgezickt. Ja, schön. Das ist doch der neue Audi GTR. Kennst du denn nicht? Ja. Ja. Ich war fast. Okay, serie-mäßig ist der auch nicht, aber... Das war das bei den Golfen nach vorne. Chuchu. Der nächste Chuchu. Ich bin schon Zweiter. Der RS4 wird gerade aufgeschuft. Chuchu. Wenn er halt nicht bremst, wie ein R1. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe einen Kontrollpunkt verpasst. War doch nicht. Hey! Der Kontrollpunkt, der ist kein Tom mit, ähm, auch zustimmen. Da kürzt die KI ab, wie göttlich. Ja. Ist ja scheißegal, diesen Kontrollpunkt nehmen die nicht mit. Das sind drei Batare, hm? Die Gläubertare fahren da komplett durch. Die fahren einfach links vorbei. Alle. Alle. Nicht nur einer, alle. Die dürfen das. Für die gibt's keinen Checkpoints. Die haben ja eine Route, diese Abfahrung, nicht die Checkpoints. Die lobby ist gleich echt voll, wenn's so weitergeht. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch gut, echt. Mit ein paar Leutchen zusammen von Unam gekündigt. Sind live mit einer Aufnahme dabei. Und wenn einer Scheiße fährt, der darf gleich live-mäßig. Komm, schieb dein Audi jetzt von der Straße her, mein Freund. Der einzige, der, der grad Scheiße fährt, bin glaub ich. Ich ramme die grad alle. Obwohl ich's gar nicht will. Eigentlich seid ihr alle voll nett. Du reißt das Arschloch auf der Strecke. Hallo. Wie der Lukas mit seinen Leuten umgeht hier, ist echt furchtbar. Ich hab jetzt ja alles super aus der Reihe. Ja, ja. Deinem stimme ich zu. Muss ich sagen, grad echt. Ich ramme grad alle weg. Na komm, wo ist der GTA? Nein. Wollen wir in den Forza 5 wechseln, Lukas? Eine Runde mit Lenkrad fahren. Ja, dann lass ich den Golf direkt stehen, Alter. Hier ist das. Geile Karre. Sobald du den Forza 5 anmachst, hat das Ding mehr Heckantrieb. Das ist nicht mehr feierlich. Hier kommt der nicht mit der Barsche. Der Forza 5 ist ja nur am Driften. Ja, das ist ein Arcade-Racer, Lukas. Ja, aber das find ich viel besser. Und auch realistischer. Der Golf 6e ist dann echt auch nicht nur am Querfahren. Hab ne gewisse Leistungsstufe schon. Ja, wir hatten die aber nicht wirklich arg getunen, der Forza 5. So, wenn du Diff einbaust und nicht einstellst, ne? Ey, dann hat mein Urti vorher wieder da. Ja, ich kann nicht mehr. Ne, ansonsten E3. Also, wie gesagt, ich erwarte mir relativ wenig. Ich bin gespannt, was kommt. Ich lass mich da gerne überraschen. Aber so Fanboy-mäßig unterwegs, mein Gott. Ich glaub, vielleicht ist es auch das Alter bei mir, was da schon was ist. Ich bin ja da schon... Da ist man ein bisschen gesättigter. Und wie gesagt, das, was man da sieht, ist dann selten das, was du am Ende bekommst. Da gibt's ja so ein Sprichwort. Es wird selten so heiß gegessen, wie gekocht wird. Den sollten wir erst mal abwarten. Ja, im größten Schreck, seitdem ich da auch relativ abgekocht bin, ist da seit Watch Dogs. Das hatte ich richtig gefeiert, dass wir es damals gezeigt haben. Grafisch und allem. Hab's dann auch gespielt. Und ja, am Ende war's halt echt Mist. Endlich. Das stimmt, ja. Vor allem, man hätte halt... Also grad bei Watch Dogs, finde ich... Hätte man halt grad aus dem Setting, hätte man so viel rausholen können. Ja, und auch nicht so grafisch... Ja, die hat Problems, was da halt am meisten gemacht hat sich mit dem Grafix so angegeben. Und wie gut das aussieht. Das hat am Ende nicht mal ansatzweise so ausgesehen. Das war komplett anders. Ja, aber das fand ich nicht mal... Also das hat mich nicht mal so... Fand ich nicht mal so schlimm in dem Spiel. Ich fand einfach... An sich das Spiel, die Story und alles. Das war so... Da hätte viel daraus gemacht können. Das Potenzial war super. Aber die... Ja, die Grundlage war einfach Hammer. Aber grad in der heutigen Zeit, brandaktuelles Thema eigentlich, das mit dem Hacking und Sicherheit und alles, hätte man richtig was Geiles draus machen können. Nö, dann mach mal irgendwie so eine komische Rache, weiß ich was, Geschichte, die... Naja... Das Geile ist, dass ich damals schon gesagt hab, ich hol mir Watch Dogs nicht, weil ich von dem Ding... Ich hab da ganz übles Bauchgefühl dabei gehabt. Und das hat sich am Ende bewahrheitet. Das war wie so eine richtige Mogelpackung, das ganze Ding. Aber gut, Potenzial genutzt hat Destiny ja auch nicht. Das war ja auch... Potenzial am Ende, genutzt davon kaum was. Ja, da hatte ich einfach so die Hoffnung... Das fehlt ja nach wie vor. Also die Firma, die auf eine Konsole ein MMORPG packt... Gut, das kann eigentlich fast nur Blizzard sein, aber mittlerweile ist da auch... Ich glaub bei B.O.W. ist da auch alles abgefahren. The Division ist der einzige Titel, der kommen könnte. Ja, Tom Clancy's The Division. Also da geb ich wirklich sehr, sehr viel drauf, aber... Ja. Ich mein, wie komplex soll man das Ganze machen? Also, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass in dem Genre, da gibt's auf der Konsole gar nichts. Gut. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen... The Eight of Scrolls Online. Ja, aber ich muss auch sagen, das MMORPG... Also ich mein, ich kann's jetzt nicht als Konsolenspieler sagen. Ich sag's jetzt mal als PC-Spieler, find ich einfach, ist das Genre einfach halt durch. Du hast jetzt alles gesehen, du hast alles erlebt und irgendwann... Ja... Es gab aber viele Spiele, also Kingdoms of Amalur hab ich mal eine Zeit lang gedaddelt. Fand ich auch ganz gut, ja. Ja, das war richtig geil. Genau, du hast bloß ein Ding angemerkt, das war eigentlich mal für online gedacht. Ja. Die Welt war viel zu leer und so. Dann hätten sie das Gefühl, so dieses, dieses ganze, dieses ganze Setting fand ich nett, die Welten waren nett, die ganzen Quests, die fand ich nett, waren nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Und vor allem dieses ganze Gebäsche mit den Viechern, weil sie bei einem MMO immer ein Problem ist. Offene Welt und dann hier frei umher. Jetzt wird's langsam kompliziert, dann für mich überhaupt nicht hinterher zu kommen. Ich hatte übrigens gerade einen Leihwagen. Ach du liebe Scheiße, ihr wollt mich doch verarschen. Was nehme ich denn jetzt? Scheiße, nur eins. Ich hab eigentlich nur ein Auto, was da in Frage kommt, muss ich sagen. Was wäre? Trabant. Das wäre das 3,5 Millionen schwere Auto. Oder leicht. Leicht, in dem Fall leicht. Leicht. Ich hab einen Sleeper mit dir. Nein, ich hab mir. Ich hasse das. Turn 10. Nehmt bitte die Zeit raus. Ich fahr wieder mit dem Mietauto. Ich kann mich nicht entscheiden. Hey, schön. Ich hab einen. Das ist halt das Minderwertigste überhaupt. Bei Forza 5 lassen sie dir 15 Sekunden Zeit nochmal zuzugucken, was für ein Auto du gewählt hast. Und hier hast du nur 15 Sekunden Zeit allgemein irgendwas zu wählen. Das ist echt Schammer. Gerade wenn du eine gewisse Anzahl hast. Mein Gott, ich hab zwei oder fünfzig Autos drin. Gerade wenn du eine private Sitzung aufmachst, so wie hier. Warum kann dann nicht der Lobby-Host einfach bestimmen, okay, jetzt geht's los. Ja, es ist einfach eine simple Lobby, dass alles sage, ich hab mal Auto ausgewählt, ich bin jetzt bereit. Und wenn es zu lange dauert, dann sagt der Host halt einfach, gut, ich starte jetzt, ist mir egal, ob ihr bereit seid oder nicht. Also zwangstatt müsste der Host eigentlich machen dürfen. Das ist Pflicht eigentlich, der dazu. Ja, das haben wir automatisch. Ich mein, voll schön, ich darf auch noch wunderschön von vorn starten. Wo sind die ganzen Allradler hier? Hilfe! Ja, Offroad, oder? Du willst mich doch freuen. Es ist nur am Anfang Offroad, glaub ich. Ich hab grad ein Problem am Anfang gehabt. Der Airwilder-Turm ist durch mich durchgeglichen. Dadurch bin ich grad fast in die Luft geflogen. Ja, immer, immer bunt es mich an hier. Flieg, Lukas, flieg. Ja, es gibt so viele Spiele, die einfach Potential verschenkt haben. Ja. Aber, mein Gott, irgendwann kommt mal das Spiel vielleicht raus. Bei Rennspiel mäßig. The Crew hatte ich wirklich viel Hoffnung drauf, bis ich dann gespielt hab. Ja, das war, weil ich auch dann Story durchgespielt und danach ist halt Schluss gewesen für mich. Also du hast es komplett gespielt, weil ich hab bei dir auf dem Kanal nichts gesehen. Das war halt grad mal, was hat's geschehen jetzt, etwas über zehn Stunden ist halt für so ein MMO mit sechs Spielern maximal auf einer Map, ist für mich kein MMO, aber na gut. Das ist wirklich kein MMO, ne. Nee. Nee, The Crew muss ich sagen, als ich's gespielt hab, dachte ich immer so, ah ja, geile Idee, aber dann wieder am nächsten Moment irgendwie das so, hm, ja. Es ist so, es hat irgendwie, es ist nie so richtig, der Funke ist nie richtig übergesprungen. Ja, aber so, zwei Jahre mehr Entwicklungszeit, das hätte mir schon geholfen, glaub ich, ungemein. Ja, das ist es halt. Ich weiß nicht, ich hab ja, ich hab ja damals Test Drive an Limited 1 und 2, fand ich ja nicht... Der zweite war scheiße, der S war super. Ja, der erste war Hammer. Und beim zweiten war halt einfach das riesige Problem, das ist halt total asynchron auch immer gelaufen ist im Multiplayer. Also, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels unterwegs sein wollte, ja, dann war der halt mal 100 Meter vor mir, dann wieder 100 Meter vor mir. Alter! Und er hat mich gar nicht gesehen, also, hm, 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 war nicht so geil. Und eben bei The Crew... Ich hatte's wieder abgeschreckt. Bei The Crew waren ja ein Großteil der Entwickler von Test Drive Unlimited, waren da ja mit rübergegangen. Und da dachte man, ja, okay, jetzt machen sie vielleicht was Cooles. Ja, dann kommen sie ja mit sechs Spielern gleichzeitig nur, Hammer. Da war's immerhin synchron. Ja, aber mehr nicht. Ja, aber auch nicht ganz. Also, nicht der Verkehr unseres, der war teilweise nicht synchron. Das ist halt so ein Manko, das gibt's überhaupt nicht. Das ist ja nicht mal in Horizon 2 synchron. Ja, schon, aber die Pforten bauen halt ein bisschen, bis die aufploppen. Ja, also, das ist nicht synchron, also... Das wird wieder irgendwo gehostet und je nachdem, wie schnell die Leitung ist, tauchen die Autos schneller bei dir auf oder halt auch nicht. Aber das war's für The Crew. Da konnte was richtig Spaß gemacht, aber dieses von A nach B gefahren. Also, da hab ich mit Mattes wirklich viel Spaß gehabt. Einfach mal sozusagen. Du konntest halt so lange fahren, etwas rumkursen. Genau, das hat Gaudi gemacht. Gott, ich fahr eine Ranz heute zusammen. Also, es ist schon echt heimlich. Komm schon, vorm Panther landen! Yes, zweiter, bam! Nee, dritte, was? Ey, ich hab... Wie knapp? Guck dir mal die Zeigreiche an! 2000... Alter! Zeck mich! Ah! Ja, der Panda cheatet auch, muss man sagen. Ist nicht vorbeigedrückt! Warum cheatet der? Der ist ein oller Cheater. Er weiß Bescheid. Okay. Cheater! So. Zumindest ein GTA. Ist er das. So. Ähm... Ja, ich würde sagen, jetzt kommt X, oder? Zum Abschlussrennen. Können wir das woanders machen? Ich will keinen Rundkurs mehr haben. Das war kein Rundkurs. Das war kein Rundkurs. Das war eine Sprintstrecke. Schön, toll! Bis ich mein Auto ausgewählt habe... Achso, achso... Lukas, er meint natürlich... Track. Gelände rennen natürlich. Ja, genau! Achso, das ist genau! Achso, das ist genau! Ne, Track. Track, Track. Track, Track. Kann man noch in Ruhe hochfahren. In Ruhe noch da oben. Irgendwie blöd uns anklotzen. Und dann... Jetzt sieht sich schon wieder in diesen minderwertigen Megane. Ne, ist ein schönes Auto, aber halt... Ungeeignet für das, was wir machen. Ist die Route jetzt schon fertig hier, oder? Ja, die ist schon fertig. Ich bin blitzschnell heute. Ja, blitzschnell was auch. Ja, ansonsten... Also E3. Keine Ahnung. Ich glaube, da können wir uns dann auch nochmal zusammensetzen. Und dann sagen, hat sie unsere Erwartungen erfüllt? Vielleicht haben wir irgendwie einen Lieblingstitel. Oder hat uns irgendein Titel überrascht, ne? Ja. Also da auch mal vielleicht an die Leute da draußen. Habt ihr schon einen Titel, wo ihr Eis erwartet? Oder... Lasst ihr euch da auch überraschen? Also da auch mal vielleicht in die Kommentare schreiben. Genau, und wenn ja, warum nicht? Schweigen? Was? 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 Ja, wirklich? Ja, klassen wir einfach mal. Also... Ja. Mein Gott, ähm... Ich meine, zwei, drei Titel kommen sowieso dieses Jahr noch. Was mich auf jeden Fall interessiert. Ich hoffe, einfach Tom Clancy's The Division, Forza 6. Ja, das ist ja eigentlich schon fast Pflichtkauf, auch wenn ich da schon mit einem skeptischen Auge drauf schaue. Aber ich glaube, so Titel, wo ich richtig Feuer und Flamme habe, für war, die gab's schon lange nicht mehr. Genau. Ich freu mich halt nur auf Project Cars Multiplayer, da freu ich mich ungemein drauf. Eben so... Guck mal, muss man eigentlich überlegen, wie simpel Project Cars ist. Du hast ein paar Autos, so ein paar Strecken, und dann kannst du zusammen mit Freunden oder... Ist eigentlich nur Auto und Strecken fahren, mehr ist ja nicht. Ja, genau. Aber das reicht schon. Die an sich symboliert alles gut. Ja, aber das reicht ja schon, wenn du einfach die richtigen Leute hast, Spaß hast und gut ist. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal, ob das mit Lukas dann Spaß macht. Also... Na, das wären wir schon. Jetzt wollen wir nicht das Lenkrad auspacken gegen alle anderen mit Controller, dann bitte ich mal. Ja, genau. Da bin ich mal echt gespannt. Ich werde ja auch noch ein Lenkrad kaufen, allerdings wird es noch ein bisschen dauern. Noch so ein paar Wochen. Also ich werde die ersten Wochen Project Cars mit Controller fahren, da bin ich mal echt gespannt, wie sich das so fährt. Wenn du einen ärgern willst mit Lenkrad fahren, einfach in die Karre. Der kommt mit Kurbel nicht mehr hinterher. Ja, das glaubst du gar nicht. So, machen wir das. Machen wir das. Ja. Das ist dann einfach dezentes Abschießen. Und das, äh... Und wenn du es gut machst, dann bricht derjenige sich nur die Handgelenke dabei und dann ist sowieso wieder Chaos gegessen. Ja. Dann ist alles durch. Ja. Also ich glaube, es gibt immer mehr so Spiele, wo am Ende die Leute irgendwie was draus machen. Also Spiele, die... Ich glaube auch, dass die Spiele, die am längsten irgendwie leben davon auch. Ja, wobei die Zeit... Ja. Was hat so zu tun, ja. Das ist, denke ich mal, das ist das Nonplusultra. Da wird man dann mal gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, klar, wenn es ein richtiges Rennspiel gibt, dann werden wieder Rennen liegen, aus dem Boden schießen wie... wie Pilze. Also ist ja gut so, das zeigt dir, dass das Spiel auf jeden Fall was drauf hat. Ja. Ich meine, sowas wie halt vor 2.5 möchte ich einfach nicht sehen, wo es einmal nicht mal möglich ist, irgendwie gescheit online zu fahren. Das ist ja schon das Einladen, ist ein Krampf, dann bist du drin, dann stürzt irgendwie was ab und ach, komm, hören wir doch auf. Können wir doch auf. Also da... Ja, bin ich immer auch gespannt, ob das bei PuTK reibungslos läuft. Das kann ja auch von den Microsoft-Servern liegen, wenn du Pächer hast. Ja, genau. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn sie überhaupt Server sind, ich meine, so viele Spiele... Wo war denn das jetzt vor kurzem? Right? Genau, das neueste Spiel, perfektes Ding. Ähm, gibt keine Server dahinter, kannst du vergessen. Sobald der Host rausgeht, ist die ganze Lobby zusammengeflatscht. Nice. Ja. Das hat... Na gut, aber da habe ich bei dem niedrigen Budget, was wir hatten, noch nicht anders erwartet. Ja, aber ich erinnere mich immer noch an die... an die Xbox One Vorstellung, wo sie gesagt haben, wir haben für jedes Spiel dedizierte Server. Für jedes Spiel. Sei es Arcade, Indie oder sonst was. Für jedes Spiel einen eigenen Server. Und was haben wir bekommen? Nischt. Ja. Wir hatten ja in der Mitte, wo die angekündigt ist, wo wir angegeben, boah, wir haben Millionen von Servern, da ist alles möglich, wir werden alles hosten. Auch Playstation genauso. Und bei beiden ist es nicht so. Richtig, genau. Die haben es so angegeben, das war übel. Da wirst du einfach gelogen. Die haben es halt entsprechend für die Summe, die die Leute, oder die Entwickler dafür halt so. Wenn du halt sagst, ich gebe jetzt eine Million Euro an euch, dann haben wir hier auch dedizierte Server. Aber sonst nicht. Das ist doch... Ist doch immer großer Schmuh, was da betrieben wird, einfach nur um die Leute zu fischen. Ich meine, ich meine, machen wir doch das Gleiche doch mit der ganzen, damals mit iPhone und weiß ich was, wo das präsentiert wurde. Das hat auch keiner gebraucht, aber trotzdem wurde es einfach so groß angepriesen, wie, boah, das ist das Unglaublichste, was es gibt. Und das muss man einfach haben. Ja, das muss man alles. Sowieso. Das, was alt ist, ist automatisch schlecht und das, was neu ist, ist automatisch gut, selbst wenn es der größte Rand ist überhaupt. Naja. X-Wertung. X-Wertung, geil. Look at Sky. Look at Sky. Jetzt weiß ich nicht, welches Auto ich fahre. Scheiße. Ich weiß die vier Räder. Ich hab eh nix gescheites dafür. Komm mal nicht nach oben in den Wagen. So. Jetzt werden wir ganz, ganz viele Supras sehen, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich hab sie immer noch nicht aufgepascht. Nein, nein, nein. Oder du fährst mit diesen Alpha, mit dieser Backkiste der vier Rädern. Oh, ich hab gar nix ausgewählt. Ich hab auch im letzten Video darüber geflamed, dass er total die Scheißkiste ist für den Drag, dass es eigentlich totaler Mist ist, dass die Kiste so schnell fährt. Da wurde ich erst mal direkt angeflamed, was ich denn vermisst habe, weil die Kiste wäre damals über 300 gefahren. Das wusste ich nicht. Ja, aber dass der Hobel einfach auf der Meile 18er oder 19er Zeiten rausballert, ist schon... Und egal wie viele PS du hast, das ist das Lustige. Du kannst dir ein Auto hinstellen mit 1500 PS. Das Ding ist langsamer. Da ist der Tipo. Was fahr denn ich? Achso, ich fahr selber Auto, obwohl ich nix gewählt habe. Das ist natürlich... Alpha 33 Stradale. Okay, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja, der Tipo auch. Die sind auch schon weg. Der Tipo geht mit. Gut, da wäre ich dritter. Alles klar. Der Rest würde ich kriegen. Wenn der 48 gut eingestellt ist, kommt der mit. Ich wäre letzter. Ich bleibe einfach stehen. Yeah, letzter. Zweiter. Kommt der Tipo, muss noch kommen. Der kommt doch nicht mehr, der ist nicht richtig eingestellt anscheinend. Mathis ist nach wie vor im TTHK-Club der Schnellste hier auf dem Strip. Das heißt, wir haben Mathis... Ich bin Zweiter. Oh, schnellste persönliche Bestleistung. Also schnellste, persönlichste Zeit. Schnellste Zeit. Persönlich gesehen. Scheiße, Mann. Wie redet man einen deutschen Satz? Ich bin begeistert. Fast eine 19er. Aber nur fast. Toll. Ich habe mich zu loben. Nur fast. Ist das mehr super möglich, 19er? Bestimmt. Ich glaube, mit einem guten Start kriegst du das hin. Mit dem Setup machen, das kriegst du hin. Aber du bist nicht schneller als der 33er oder der Tipo. Also wenn der gut eingestellt ist, der Mathis, der fährt ja ganz, ganz niedrige 19er-Zeiten. Das ist eine Sekunde. Also das holst du aus der Supra nicht mehr raus. In dem Bereich ist das krank vielen. Trotz 1.400 PS reicht halt nicht, ne? Ne, ne, da kannst du einfach nicht schnell fahren mit. Das geht nicht. Ich muss mal kurz ein paar Leute mieten, wie ich gerade merke. Wir müssen jetzt sowieso am Ende, glaube ich, von der Zeit. Okay. Oder? Ich will aber nicht am Ende sein. Es ist gerade so schön mit euch. Awww. 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 Das war jetzt schön. Wir sind schon fast romantisch. Eigentlich müssen wir jetzt aufhören. Mit dem Vollbot erwarten. Für Lukas Freude. Romantische Kuschelstimmung am Ende. Ah. Bevor es dann zu, äh, zu wild wird hier noch. Machen wir nicht mal Schluss. Ähm, ja. E3, wie gesagt, steht vor der Tür. Müssen wir mal abwarten. Haben wir schon gesagt. Könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Lukas schubst. Was ihr da so erwartet. Der ist ja voll ins Auto gefahren, gerade absichtlich. Wow. Ja, genau. Habt mal in die Kommentare. E3, was ist euer Lieblingstitel? Was erhofft ihr euch? Habt ihr vielleicht einen Titel auf dem Schirm, den wir noch gar nicht besprochen haben? Kann ja auch gut sein. Weil jeder hat ja so sein eigenes Genre. Jeder hat so sein eigenes Lieblingsspiel. Vielleicht haben wir da, wie gesagt, Minecraft Teil 2 oder sowas vergessen. Keine Ahnung. Das neue FIFA. Übrigens. Uh. Nicht vergessen. Jetzt, jetzt sogar, äh, keine Ahnung. Ist der Ball diesmal rund? Mit lila Bällen oder so. Keine Ahnung. Ja, der Ball ist diesmal, glaub ich, rund. In die Tore sind eckig. Komm, wir fahren noch eins. Eins geht noch. Aber dann ist Schluss. Eins geht noch. Eins, eins, eins zu weinen. Bonus. Ja, fang ich lernen zu heulen. Das willst du nicht. Diesmal wähl ich aber auch ein Auto aus. Aber diesmal machen wir eine andere Klasse, oder? Oder wieder X? Ja, D, D, D. D, okay. Nein, nicht D. Mach C, mach C, mach C. Mach irgendwas wie Geschwindigkeit. Zu spät. Okay, D. Mach bitte Doppel D. Doppel D. D. Doppel D. Doppel D. Doppel D. Doppel D. Doppel 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 Dopp Ist dir mal aufgefallen, Lukas, dass das immer so ist? Bei dir schreiben sie immer drunter, der Thompson, der nervt. Bei mir schreiben sie immer drunter, der Lukas nervt. Da wir jetzt zu dritt sind, bin ich mal interessant, wie sich das Dreieck dann neu... Jetzt nervt du noch rein. Genau, das könnte natürlich sein. Dann kriege ich alles ab und bei euch herrscht dann wirklich... Harmonie. Harmonie, ja. Melitta. Ich habe keine Werbung für Kaffee. Ist nicht schlimm. Die Corvette ist ja gar nicht mehr so schlecht. Fahren wir eigentlich schon? Nee, die Corvette ist super. Wirklich gerade? Nee, wir stehen noch. Wir stehen noch, okay. Die Welt dreht sich, glaube ich. Die Welt dreht sich nur um mich, wenn ich bitten darf. Ich komme, ich komme, ich komme. Okay, okay, okay. Das will keiner wissen. Aber, aber, ich kann es nicht zurückhalten. What the... Du kommst eh nicht. Doch, doch. Du bist viel zu früh. Nee, ich habe Angst. Du Arsch, der hat sich als Visionen ausgestellt. Ich wusste, dass es passiert. Bin da. Da ziehst du rüber und du fährst eins gerne durch ihm durch. Das ist doch Kacke. Oh Mann. Tja. Zu dem Satz gerade eben gebe ich keinen Kommentar. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, trotz des sehr, sehr warmen Endes hat euch diese Ausgabe wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich, wie gesagt, beim Rai, der gerade ein sehr schönes Erlebnis mit Lukas hatte. Dass du gar nicht eifersüchtig bist, dass ich jetzt gerade hier mit Lukas sowas so ein tolles Erlebnis hatte und du gar nicht mit involviert warst. Nein, nein, wir haben eine offene Beziehung, das läuft schon. Ach so, okay. Das ist alles super. Das ist super. Ich esse lieber Steak. Da sind wir auf jeden Fall ganz offen für. Genau. Schön Steak über den Ofen. Und dann passt das Ganze auch. Oh Gott, das ist so ein Blödsinn, oder? Jetzt müssen wir echt Schluss machen. Jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Jetzt haben wir eh schon überzogen. Jetzt war schon hier eine Bonusrunde. Also. Das war schon eine Bonusrunde. Also, ich bedanke mich auch, dass hier Lukas und der Tom dabei waren. Jo, und ich bin raus. Lukas hat das Schlusswort, der hat nämlich noch gar nichts zum Schluss gesagt. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Bei was denn jetzt? Bei der Folge oder bei dem? Bei der Aufnahme eingeladen hat. Das fand ich sehr nett. Ja, auch gerade bei dem Ende. Das fand ich auch sehr angenehm. Ja. Dann bin ich auch glücklich. Jetzt sind wir alle glücklich. Also. Hör mal jetzt lieber auf. Ciao, ciao. Ciao. Nehmt euch halt ein Zimmer, ey. Oder ein Auto. Ja. Nehmt eine Rückbank, dann haben wir es gleich. Ich habe keine. So, Schluss jetzt hier.